und damit willkommen zurück zu einer weiteren folge von digimon story cyrus jetzt sind wir bei einem fall in einer kalten klimanlager wir sollen uns jetzt erstmal umhören Imperial Das nennt. Hier oder. Das nennt. Vielleicht sollte ich da unten mal hoch gehen. Ich kann gar nichts mehr damit machen. Ich kann gar nichts mehr machen. Jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Ich kann gar nichts mehr machen. Sehr gut. Ketzi hatten auch die Nachricht bekommen. Okay, dann macht es ja auch schon kurz selber. Hat der Schandler gleich was zu wissen? Ich habe keine Ahnung. Wie kann ein Klimalanfall aus sein? Das ist eine schöne Anlage, die die Klimalanfall für das ganze Gebäude reguliert hat. Wie alt ist die Anlage aus? Vielleicht sollten wir da mal nachschauen. Ich habe keine Ahnung. 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 Okay dann gehen wir mal los. Okay, hier kommen wir durch. 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 Also ich wollte mich jetzt erstmal kurz in der Ebene umsehen. Vielleicht können wir noch ein paar Items, bevor wir jetzt weitergehen. Okay, das ist neu. Okay, hier kommen wir durch. 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 Das war's für heute. Ich bin so fast. Das war's für heute. Okay, das war dann doch optional hier. Das ist ja gut, dass ich jetzt wohl gegangen bin. Das war's für mich. Das war das Rätsel, der Schiff. Das ist ja vermutlich, wie er gegeben hat. Was ich ja auch schon gesagt hatte, aber ich hatte jetzt auch die Tunnels für andere Sachen gemacht und darunter auch schon mal für Hackers Memory, dann, wenn wir das auch mal spielen. Ich glaube, es ist ja nicht. Ich hoffe, es hat wirklich gefallen, wenn ich das dann auch. Das war's für mich. 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 Wenn Jana dann Max Level ist, würde ich das ja auch ganz gut digitieren. Das war's für mich. 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 Ich weiß. Das war's für mich. 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 Das ist das alles. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Weiter. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch. Besser an einem Namen. Zur Menschlichkeit. Riech aus. Riech aus. Riech aus. Machen wir dann noch... ...jemand weiter? Wohin geh ich jetzt eigentlich wieder hin? Geht es ja in die Richtung. Riech aus. Ich weiss... Hey, das ist vielleicht hier. Das war ja einfach. Das war ja einfach. Jetzt musst du jetzt zeigen. Jetzt musst du jetzt zeigen. Das war ja einfach. Ich weiß, was heimlich ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube an dieser Stelle können wir dann wieder speichern. Ich wünsche euch doch noch einen schönen Tag. Ich weiß nicht. 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 Ich weiß nicht.